Und die dämonischen Mächte des Grauens suchen sich schon wieder ein neues Opfer. Da geht Vater. Da geht Mutter. Mutter lacht. Vater hat einen dicken Fuß. Nein, 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 ruft Vater. Lacht nicht, Mutter. Mutter lacht immer weiter. Da geht Vater. Da geht Mutter. Mutter lacht. Vater hat einen dicken Fuß. Die Fürze meiner Mutter knallten in unserer Küche wie platzende Taucheranzüge. Da geht Vater. Da geht Mutter. Mutter lacht. Vater hat einen dicken Fuß. Mutter lacht immer weiter. Mutter haut sich auf die Schenke. Wer braucht zu lachen? Mutter lacht immer weiter. Mutter kann nicht mehr verlassen. Vater geht zu Mutter. Vater geht zu Mutter. Vater schlägt Mutter tot. Vater schlägt Mutter tot. wo geht Vater. Da geht Vater. Vater lacht. Vater lacht. Mutter liegt im Matsch. Schwarzer Qualm stieg aus dem Gerät und langsam lösten sich die Knochen auf, als hätte sich jemand in ätzende Säure geworfen. Der schwarze Rauch stieg auf, versuchte sich seinen Weg durch das zerbrochene Fenster der Kapitel. Untertitelung des ZDF, 2020